so sieht das hilft so sieht das Symbol aus Abmann hat dann gar kein St die Kühne ich habe eine Händel zum Ball ich habe gerne mit den Zombies suchen zerstören Spinnen oder mit Geist im Erdbeeren Moni ja die Karte wird äh wir können auch auf Überleben zocken weil die wir nicht gleich glaube ich doch ich glaube vielleicht das glaube ich nicht irgendwann werden wir hier Probleme niemals hier unten spawnen die gar nicht doch was spawnen die nein nein nur aus dem einen Fenster nur aus dem Fenster hier nur von vorne kommen die von hinten nie ja sobald ich wieder genug Geld habe gebe ich MP5 ab damit ich mal andere Waffen auch kriege und ich mit meiner übertriebenen Waffe bei dir ist gar nicht so stark aber ich mag die vom Aussehen her so übertrieben geil na Barok du guckst ins Fenster und ich guck da neben dir wo die runter kommen ok das kann sein dass ich auf das mal Hilfe brauche da kannst du hin und kannst immer wieder zubauen brauchst du Hilfe? ne ne aber du kannst gerne reintüßt wenn die Punkte brauche ne ne bei mir kam noch kein einziger Zombie ja ich glaube die kommen auch nur aus dem Fenster ne ne jetzt kommen die echt? ja aber langsam Kiste warum ist doch 1.000 verloren? wer? ich habe Bouncing Betty geholt oh Stoner Bouncing Betty geholt Stoner war auch so heftig bei Black Ops Einsider ja du musst auch mal wieder zocken also äh suche und zerstören höhö hab ich dir letztens angeboten vor ein paar Tagen ne doch auch aber nicht suche und zerstören was haben wir da gespielt? BMW 3 suche und zerstören naja meine ich doch hä? hä? ach lass mich hin rüber jetzt müsstest du dein Trolllied singen lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol hinten ne Stoner alter voll easy hier alter sogar mit der Python ja Python ist auch stark ne One-Shot glaub ich ne ne 2 brauche ich schon außer wenn ich genau auf den Kopf ziele nicht KevinAlder würde ich jetzt bitte sagen ja ich geh ja davon auf dein Kopf und Kopf ziehen achja Stoner mal punchen mach ich auch kommen ich rüß bisläger und so ich geh nach oben grad ne ich geh nach oben grad ne ich geh nach oben mach das ist Pech gehabt warte pass auf er hätte gestorben, bin ich ausgerastet ich hätte dich ausgelacht wo ist ein Chaga eigentlich? wo ist ein Peakeapark? da oben, ich weiß nicht jetzt komme ich wieder nicht nach unten ja jetzt vorbei mit den Klönen Munition bis der Arzt kommt ich renne immer so ein bisschen lieber gegen die Wand also wundert euch nicht sieht mir sicher komisch aus für die Zuschauer weg, jetzt musst du springen renn bitte ja was denn, ich hab dir doch einen Affen geworfen ich mach das ich hab noch weiter gerannt sterbe kann ich gleich schon wieder eine neue Waffe punchen hat doch auch alles seine Vorteile ne du 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 alter Stoner ist ein Gerät alter Stoner ist ein Gerät der Gerät wird nicht müde ja ich mag schon nicht sieht hässlich aus wie mir naja ich guck da schon im Bauch alter ist das ein heftiges Ding alter oh kann ich nur empfehlen Stoner punchen echt ohne Scheiß ich übertreib auch nicht kommando punchen alter ich übertreib auch nicht mach ich auch noch die Predator alter ja ich sah mir hier draußen bei dem Kistenspot mal Esmin trefft nicht hä hä die ist hochgegangen bloß warum darfst du beide Seiten hier wie die mal kurz ja gut na schau genau dann geht er weg ne von mir kam die ganze Zeit kein einziger Zombie von vorne aber egal ich schaffs trotzdem dann wieder da kaum was weg kamen die Zombies voll von oben mir fehlt ne Anzeige wie viele Zombies noch aber das ist gar nicht so schlimm ja mal gucken was noch so in der Kiste geht du findest die nicht so teuer die Karte Barock doch aber ich hätte mir irgendwie was erhofft so weißt du irgendwie ich finde die voll in Ordnung oh Galicia die sind auch voll geil ja ich finde die auch geil aber die so ich finde irgendwie so ein Special oder so weißt ja ja sowas erhofft man sich immer von Customs mit Maps aber so eine Map jetzt noch ein bisschen ausgehend Bauter wir sind mit diesem Elektro S-Mine Samtex zum Beispiel und das ist die Vorbereitung der S-Elektro S-Minex S-Minex ich meine jetzt ein bisschen ausgebauter noch dann könnte die so als richtige Map sein also wenn jetzt ich meine es wieder Riese und so wenn die das richtige zu dem mitmachen so war die zu perfekt eigentlich wenn die halt noch bisschen ausgebaut wird ich teleportiere mich will jemand ja nee will ich gar nicht das ist das ist weil der zu klassischen Stil die er erinnert meine S-Minex nein mach ich gar nicht da war ich nur eine Trolla-Lala-Lala-Lala-Lasch voll der Ohrwurm ach hier hinten ist die Kiste komm mal ab hier komm mal ab hier komm mal ab hier Reigan? ja hat schon einer DG2? was gibt es eigentlich? was gibt es eigentlich für eine Wunderwaffe? DG2 kann es eigentlich nur geben ne? Donner wäre nice Alter kann irgendwie nur eine DG2 geben aufgasten so wie ach so was? oh Hunde kommen auch nebenbei na hab ich schon gemein alter wie lange ist denn Insta Video? ich kann es sagen mal in Insta eingesammelt oh yeah guck mal was ich gleich kriege wo ist Kiste? äh hier hinten bei mir beim Teleporter hier oben unten also ab oben beim Teleporter ja ok ich geh auch grad nach oben ne geh ich nicht dann sollte ich da mal rein geh unter nach unten ah ja da hinten oh ja DG2 bin hier ach komm ne oh ich muss nachhören ich werde sterben ach komm Berdaffen ich? da brauchst du aber nicht na ja trotzdem danke mhm danke ich brauche ich trotzdem noch ne Waffe oh komm an du Alter genau die wollte ich haben bin unterwegs Barok also ich muss sagen die Stoner fand ich ein bisschen krasser als Galil Stoner ist auch so ne Waffe die ich mir da nochmal punche wenn ich sie nochmal kriege Lamentation geil naja so heißt sie gepuncht hattest du die schon? naja hab ich schon gepuncht jetzt punch ich grad Kommando so also bin bin unterwegs ähm hl 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 Da, wo ich hinschieße, man. Hä, die wollen mich verarschen, Alter. Hä? Ich schieße immer in die Blitze, Alter. Kein Zombie. Hä? Ja, kommen ja auch Hunde, ne? Ja, kommen aber aus den Blitzen eigentlich. Ey, Mann, warum lädt er meine scheiß Schranke noch nicht nach? Komm, Alter, 70 Punkte. Das war's. Bei mir wird keiner mehr spawnen. 70 Punkte, Alter. Connection interupt. Na, wie immer. Ich schau mal meine Kills an. Baby. Ich schau mal meine Kills. 322. So viel Tage aus mir. So viel Tage an, ja, Digga. Hä? Hä, wo ist Muni? Hä, Muni nicht da? Nee. Nichts Muni? Nichts Muni? Nichts Muni? Nee. Wo sind die Köter? Hat er eigentlich den, ich hatte eigentlich den letzten, aber dann hatte ich... Äh, äh, ah, hier ist er. So. Wo man sonst halt vorm Zombie. Ich punch trotzdem. Egal ob voll... Oh, da liegt irgendwas. Boah. Oh, nennt's da. Den bräuchten wir auch gebraucht. Wotten wir jetzt zwei, Alter, gell? Hä, die spawnen hier unten echt nur in diesem einen Fenster? Ach, no. Schade. Kacke, ne? Ja. Das ist ein bisschen schade. Ich hab das Gefühl, dass sich die Waffen hier normal anhören, aber... Du siehst halt die Kugeln sehr, also... Das kommt halt so, wie wenn man gepunchte Muni hat. Also gepunchte Waffe hat. Aber anhören tun sie sich ganz normal. Nee. Nein? Die haben so... Ja, jetzt kommen wir jetzt auch noch von hinten. Ich bin tot jetzt. Ich mich aufrege. Wie können denn Zombies von hinten kommen? Jetzt muss ich hier hochlaufen, Alter. Hä? Hier sind doch gar keine. Hey, das ist tot. Ah, nee, doch nicht. Doch, ich komm immer noch von hinten. Tot. Doch nicht. Keine Ahnung. Ich bin noch hier unten. Ja, jetzt kommen auch keine mehr hoch, ne? Boah. Aber jetzt bin ich weggegangen, also nicht wundern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war, Alter. Die Karte ist so an sich voll cool. Ja, doch, das war alles, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher gestehen. So viele Bücherregale. Naja, hab ich mir auch schon gedacht. Puh, das war ein Kampf. Kiste draußen? Nö. Wo ist die Kiste? Immer noch da hinten. Was hab ich mir noch nicht gepuncht? Farmers. Oha. Glück gehabt. Oh, nice. Was war das? Achso. Runde 19. Ahne, 20, ne? Enfield. Enfield. Eigentlich ist es 3. Oh, gibt's auch, Alter. Oh, gibt's auch. Die ist gut. Wichtig, glaubst mir. Punch die. Du wirst es nicht bereuen. Doch. Weil die Kacke aussieht. Nein, du wirst es nicht bereuen. Doch, die Kacke aussieht. Kannst du mir glauben. Das wirst du nicht bereuen. Ja, wir sind schon 20. Krass, ne? Ich hab mir mal belegt, Alter. Ey, das wirst du nicht überleben. Das wirst du nicht überleben. Barok, Barok, Barok. Ach, du hast eine Raygun. Oh. Ich kann noch nicht hier rein, wenn ich nicht weiß, dass ich es überlebe, Mann. Ich bin doch Profi. Profi-Dildo-Spieler. Gierst du, ist? Keine Ahnung. Hab ich noch nicht gesehen. Hey, einer ist doch dran. Wo ist der denn? Küche. Geil, was ist das denn für eine Waffe? Hä? 13 Zammetti. Ah, da. Sieht doch ähnlich aus wie die Enfield. Boah, die ist jetzt schon voll stark. Die punch ich auf jeden Fall. Ich hab die Enfield jetzt. Nein, ich hab schon Angst. Hey, die ist generell gepanscht. Die Enfield ist standardmäßig gepanscht. Es gibt gepanschte Waffen in der Kiste. Meine Enfield ist gepanscht, Alter. Geil. Und die ist richtig stark. Die ist richtig stark, Mann. Vorsicht, Kevin. Nein, ich seh's. Geil. Wow, wow, wow. Ah, wie heißt die Enfield? 13. Ja, genau, die hab ich auch. Hä, dann ist die immer gepanscht, Mann. Die ist voll nice. Nein, ich hatte die vorhin ohne gepanscht. Echt? Dann gibt's halt auch gepanschte Waffen, Alter. Wie geil. Oder weil wir so und so auf Punchen waren. Weil ich war ja jedes Mal jetzt Punchen. Oder ab Runde 20 kriegt man gepanschte Waffen aus der Kiste. Kann auch sein, ist das zu viel. Ne, ne, ich hatte grad Farmers umgepanscht. Oh, ich die anhörte. Geil. Wow, 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 wow. Ich werd sterben. Ach, komm. Wo bist du? Ich dachte, du bist noch bei mir, aber warst du nicht mehr. Ich bin in dem Raum, wo du gerade warst, in der Küche hier. In der Küche? Ja. Okay. Okay. Martin, Alter, diese Nachladebugs, Alter. Was für Nachladebugs? Na, ich steh, also ich lauf ganz normal ohne zu sprinten, ja? Lad nach. Warte, bis es fertig ist. Und dann steht immer noch Reloaded da. Okay, kann ich gar nicht. Na, wenn du sprintest schon. Nein, das mach ich ja nicht. Glaub einfach nur ganz normal. Schade, Alter, Endgame. Das wär perfekt hier am Tor. Das wär noch so die Krönung, weißt du? Na, 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 na. Oder da draußen spielen. Ich seh sogar Bäume da hinten. Oh, du siehst die Bäume. Oh mein Gott. Er sieht Bäume. Wie die? Was machen wir jetzt? Ja, gibt's echt keinen Außenbereich? Nein. Schon mal versucht, Bücherregale zu kaufen? Ja. Nee. Doch, hab ich schon. Also unten hab ich auf jeden Fall schon alle. Hä, ist das jetzt die Zombie-Runde? Ja. Ja. Ich dachte... Dachte ich auch gerade erst Runde-Runde oder so? Ich dachte auch, weil die sofort gesponsert sind. Ah, ich werde sterben. Kommen hier viele? Oh, Alter. What the fuck? Epic Moment. Oh, M16 hatte ich auch noch nicht. Geil, dass ich immer Abwechslung habe. Hier an der Kiste. Oh Gott, ich werde sterben. Oh, die ist Dreischuss. Lauf doch. Nicht. Oh, sie ist schwach. Ah. Na, mich selbst hochgeschossen, Alter. Ich will unbedingt M16 punchen, aber jetzt hole ich mir erstmal meine Perks wieder. Hinter dir ist ein Zombie. Nein, ich werde beim... Ah, doch nicht. M16 habe ich wieder. Jetzt punche ich die aber auch nicht. Schade, dass man sich nicht runter teleportieren kann. Ja, ja, das finde ich auch schade. Das würde ich nämlich je... ...des Mal machen. Ich wäre fast gestorben. Oh mein Gott. Oh. Ne, ne. Da schon wieder für einen Epic Moment war. Ich war eingesperrt. Mit Hund und alles, Alter. Ich glaube, ich wollte nur die Kills, ne? Es reicht. Es reicht. Hä? Speedcola? Da hinten, ja. Wie er hier rausschießt, auch noch, Alter. Wer denn? Wer? Der Bär, wenn er brummt, dann hört er schwer. ja als erzielt hat alter brauche r wir kamen Turm von beiden Seiten Zombies entgegen und kann nur in 16 und diese richtig schwach dann bin ich einfach runtergesprungen, hab's überlebt. Alter... Ich wollte sie eigentlich nicht punchen, aber... hab ich ja gleich doch das Geld zusammen. Ähm... Farmers lohnt sich nicht. Nein? Zur Punchen? Ist das unten?